Das Wort, das uns durch die kommende Woche leitet, ist aus dem ersten Johannesbrief. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Klaus Berger, der Heidelberger Theologe, übersetzt, der Sieg über die Welt wird uns durch unseren Glauben geschenkt. Wenn wir diese Worte hören, dann fragen wir uns unwillkürlich, wer ist denn die Welt? Und was wird durch den Glauben überwunden? Die Welt, so sagt Jesus, das ist der Raum der Angst. In der Welt habt ihr Angst, sagt er zu seinen Jüngern. Aber seid mutig, ich habe die Welt überwunden. Es gibt die Angst vor dem Vernichtetwerden, die Angst vor zu kurz zu kommen, die Angst zu versagen, die Angst vor Veränderungen und Umwälzungen und nicht zuletzt die Angst vor dem Tod. All das, sagt Jesus, ist in der Welt gegenwärtig. Die Welt ist nicht die Schöpfung. Die Welt ist der Raum ohne Gott. Der Raum ohne seine Gegenwart. Welt ist der Raum, der nichts von Gott weiß oder nichts von Gott wissen will. Die Welt ist aber keineswegs nur außerhalb von uns. Es gibt diesen Raum auch innerhalb von uns. In jedem von uns ist etwas, das von Gottes Gegenwart und Kraft schon weiß und dies auch schon erfahren hat. In jedem von uns ist aber auch etwas, das noch blind ist und nicht von seiner Gegenwart und Liebe berührt ist. Als meine Frau letztes Jahr auf der Intensiv lag und die Ärzte nichts mehr helfen konnten und sie mir gesagt hat, ich habe keine Kraft mehr zum Leben. Da haben wir uns verabschiedet, als ob wir uns nie mehr sehen würden in dieser Zeit. Auf dem Nachhauseweg hat mich eine existenzielle Angst überfallen. Wie sollte es nun weitergehen ohne sie? Auch als ich mich als junger Mann frisch im Glauben entschieden habe, mich bei meinem Chef für Unrecht zu entschuldigen, dass ich ihn bis dahin verheimlicht hatte, da hat mich eine solche Angst gepackt, dass er mir als Architekt jede Zukunft verbauen, ja, er mich vernichten könnte. Ich bekam für Wochen Schlafstörungen. Das Wort für diese Woche sagt uns, dass die Welt und damit die Angst, die in ihr regiert, überwunden wird durch den Sieg Jesu. Und der Sieg wird uns durch den Glauben geschenkt. Glauben heißt hier, mit Gott rechnen, auf ihn blicken und nicht auf die Angst, mit seinen Möglichkeiten rechnen. Diesen Sieg hat Jesus ein für alle Mal für uns gewonnen. Er ist durch die Angst, die ihn durchgegangen und hat den Sieg über Sünde, Hölle, Tod und Teufel errungen. So nennt es die alte Kirche. In einem neuen, bekannten Segnislied von Johannes Hertel heißt es, er sei vor dir, er sei nach dir, jeden Morgen, jeden Abend, wenn du weinst und wenn du lachst. Er ist für dich. Er ist für dich. Das ist der Glaube, der die Gottlosigkeit in mir und in der Welt überwindet. Wenn wir in jeder Angst, die uns überfallen kann, den Blick auf Jesus heften und ihm zutrauen, dass er diese Situation mit uns durchsteht, dass er uns nicht alleine lässt und uns gibt, was wir brauchen und er für uns ist, egal wer uns angreift oder schaden will, dann erfahren wir den Sieg. Im Gebet Jesu, den Psalmen, heißt es, die auf den Herrenhaaren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Erst als ich mich entschieden habe, zu glauben und zu vertrauen, dass Jesus größer ist als mein Chef und dass Jesus bei mir bleibt, auch wenn meine Frau sterben sollte, ist die Angst in mir gewichen und ich konnte tun, was ich für richtig erkannt hatte. Glauben heißt nicht etwas für Wahrhalten, was in der Bibel steht, sondern Glauben heißt konkret, die Hand Jesu ergreifen, auf ihn blicken und mit ihm verbunden bleiben. Wo das geschieht, muss alle Angst weichen. Denn, ich will es im Schluss noch einmal mit den Worten von Klaus Berger sagen, der Sieg über die Welt, über alle Angst, wird uns durch unseren Glauben geschenkt. Amen. Amen. Vielen Dank.